Feliway ist die wissenschaftlich erste Nachbildung eines natürlichen Katzenpheromons. Es hilft ihrer Katze auf natürliche Weise, in Stresssituationen ganz sie selbst zu sein und entspannt zu bleiben. Wenn sich eine Katze wohl und sicher in ihrer Umgebung fühlt, reibt sie mit ihrem Kopf an Möbeln und anderen Bereichen des Zuhauses. Sie hinterlässt dabei eine Duftmarke, das Gesichtspheromon der Katze. Dies vermittelt der Katze Sicherheit und Entspannung überall dort, wo sie es wahrnehmen. Ist eine Katze gestresst, hört sie auf sich wohlzufühlen und kennzeichnet auch ihr Zuhause nicht mehr mit dem Gesichtspheromon als Wohlfühlbereich. Katzen reagieren empfindlich auf Veränderungen in ihrem Zuhause, wie zum Beispiel Besucher, Umzüge oder Renovierungen, neue Wohnungseinrichtungen, ein neues Sofa, Transporte oder Tierarztbesuche. Ihre Katze reagiert gestresst, zum Beispiel Kratzmarkieren am Sessel, an Tapeten oder Türen. Handmarkieren im Haus, ängstliches und scheues Verhalten, übermäßiges Fressen oder Appetitlosigkeit, Konflikte zwischen den Katzen. Feliway signalisiert auf natürliche Art und Weise ihrer Katze, dass sie sich in ihrem Wohlfühlbereich befindet und sich entspannen kann. Mit Feliway fühlen sich Katzen rundherum zu Hause. Genießen Sie mehr entspannte Zeit mit Ihrer Katze. Nutzen Sie die Katzen eigene Sprache, um Stress auf natürliche Weise zu reduzieren. Feliway ist wissenschaftlich belegt und wird von Tierärzten empfohlen. Entdecken Sie, wie Feliway Ihrer Katze helfen kann, entspannt zu bleiben. Feliway für ein entspanntes Zusammenleben. Feliway.de Feliwayty Feliway! Untertitelung des ZDF, 2020